tot dann kannst du ihn schon mal aua ich kämpfe gerade auf der anderen Seite das ist auch ne Freude. Oh wir haben Panzerbrecher halbiert äh Panzerpunkte halbiert das heißt ihr könnt richtig viele Panzer ziehen Leute nutzt es das sind jetzt wieder richtig schlechte Themen die wir hier haben der vierte Zeit dass das Niveau immer niedrig kriegst du hoch ist so niedrig wie mein Skil wie meine KD das ist aber ziemlich keller natürlich überfordert einfach mal Mac weiter aufm Berg ist doch klar er muss alle heißen Menschen überfahren auf der Straße nein auf der Straße wo ein Panzer hingehören, Panzer gehört nicht aufm Berg ich bin zu weit weg da braucht die Kugel zu lang spielt bei diesem Spiel auch die Coyotes Kraft eine Rolle? Weiß es hier jemand? was? was? Coyotes? die Coyotes? das ist die von der Erd-Rotation wenn du fragen zwei Kilometer keine Rolle sicher ja du musst ja auch höher ziel ja das ist aber wegen Gravitation und nicht in Coyotes Kraft Alter Coyotes das ist die Gravitation das ist nur ein anderer Begriff dafür nein Coyotes Anziehung von Masse ja und die Coyotes Kraft ist die Erdkrümmung Coyotes Kraft ist die wo die Erde die Krümmung wie viel drüber halten muss dass du ihn triffst nein doch Google ist ist doch mir jetzt vom Segal nicht mein Kill gemacht Alter ersten Kill oder ey äh hatte gerade auch ein Lightning und einfach mit einem Lightning nur Kill gezogen ich meine Systeme gemacht wurde einfach voll gefickt schlecht ne nicht schlecht sondern das Symptom nennt man Vengard äh ja Vengard nein nicht Vengard, McRider Alter wie das Spiel leckt ich geb ihn hinter ihn schieß ich mache ihn im Kopfschuss da war ich noch ein bisschen ja weil das schon wieder hart überfordert ist wieder Schlacht hier ne ich sprühe da was da auf Wärmung von unterm Tisch hochkommt vom PC Alter schnitt das ist nicht der PC mein Freund das ist nicht der PC PC ist eigentlich immer kalt weil ich voll die Kühlung hab weil du voll die was hast weil die gute Kühlung irgendwie mein PC ist immer irgendwie nicht alles doch meiner meiner erwärmt den Raum was so richtig meiner nicht meine überhaupt ne das ist meine Tainer hat er nichts zu tun mit der ja bei dem Internet alter ja da ist ja immer 5 Minuten da ist ja wieder was passiert eh na langweilig der 50 ne aber schon wieder scheiß Internet denk dass ich ja ja Markus spielt wieder da kann man sich einen Snickers nehmen wenn es mal wieder länger dauert es ist dickes warum wurde ich jetzt von hinten abgeschossen nein ich weiß es auch nicht aber manchmal schirrt man einfach von hinten auf Foto schon Gold 3 was Gold 3 ja Gold 3 alter ich bin schon Gold 2 gleich ich bin äh Silber 2 finde ich gut es geht schnell ne ich habe heute Nacht nochmal gezockt wo ich das gelesen habe wo ich heim gekommen bin habe ich nochmal runter aber ich war so hundemüde ja jetzt geht's so schnell ne du musst Sturm spielen du musst Sturm spielen ein Sturm wenn du gut bist dann wirst du echt richtig schnell Team Deathmatch dann wirst du schneller Sturm ne wirst du schneller ja wir müssen aufnehmen Markus oder morgen wir können dich aufnehmen wir können dich aufnehmen ja wir können dich aufnehmen wir müssen das allein aufnehmen ist mir egal ist ihm egal ja wir haben doch eh jetzt ne Folge am wir haben doch noch Zeit ne Woche was nein natürlich wir haben noch ne Folge doch ihr habt noch ne Folge die ist noch planer hab es sogar ich gesehen gehabt was warum die in der Bewegung sind direkt bei unserem Sport ausgegangen Alter ich bin grad so scheiße ich sollte mich nicht taktisch unklug einfach ins Gefecht werfen also wie immer sondern ich sollte mich geschickt positionieren und warten bis die Gegner zu mir kommen und dann steuern sie rein zu rennen da steht direkt ein Sandi ja danke das war die Leute weg das ist jetzt taktisch klug das ist ja der kommt ja durch mit seinem Drecksang Markus wo bist du oh ingi jetzt sofort ich bin in Tialois gut du ich bin hier vorne sei ich ah ich bin tot dann kannst du ingi machen Aua ich kämpfe grad auf der anderen Seite wie hier weil ich hab kein Bock auf das ist kein Bock ich bin ja so da wurde er er steht da du bist aber wünsche durch wo er hat es gerade hat aber mal saubern woraus hier gelächter einfach vorbeilauf und alle töten du bist die nächste Dresden weg und alle Leute hinter dir sterben einfach ja weil der mich mit C4 so ein schwer gemacht hätte nein der hat eine Schnellfeuerwaffe gehabt und hat uns alle weggeschossen oh oh du bist so schlau und war unglaublich naja ich bin tot ja selber schuld ganz ehrlich ich habe einen ingi gehabt Hawkeye aber die waren einfach nur granaten gespammt da an die Panzerbruchgranaten die pushen jetzt ein bisschen hart rein hier ich komme ja schwerer warum machen wir eigentlich den Sandtiere nicht kaputt ja mach doch wenn es so einfach wäre hätte ich es auch schon gemacht habe ich noch mal Ressourcen für eine Max ich weiß es nicht nämlich der blockierte alles nein reicht nicht scheiße halte was geben die da ein wo auch von links wieder aus dem Gebüsch Bevel Shield McRyder steht auch noch so praktisch ja Alter steht oben auf dem Berg der McRyder weil von dem Saft kriegen die nichts mehr alter wir hatten schon genug von dem guten Saft die saften uns hier aber richtig hart grad weg ja die war Nuss mhm ach wirklich was die Geschütze ballert einfach die Brücke so ich hab mal da paar C4 hinten dran geschmissen und können ja ja Spacken durch die Ding durch und zieht die Leute auf der Brücke weg ich hab drei Indies hintendran weg gemacht ja ich geh jetzt mal von oben von der Farbe von der Farbe vielleicht hab ich ja auch gemacht grad so ich hab drei Indies hinten dran waren hinten dran waren drei Indies gestanden haben ja hab ich wieder Resport bis wir jetzt dann wieder sind naja das auf jeden Fall und jetzt mogen die uns hier noch eins so da steht noch irgendwas hm was ist das gewesen eigentlich was der so geraucht hat boah genau der erwischt mich sofort mit C C C C C mit C4 C wie C4 Jut 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 Sven wo bist du? wie gerade immer noch die Wärme bist du oben? oh scheiße ob wir sind ein Spion ich hab den richtigen Sandra gefunden der offen ist und das ist ein Reps an die wenn ich den jetzt C4 bekomme das ist natürlich boah es jetzt dann ja ich bin oben komm mal mit C4 zweimal C4 kriegen man ich hab zwei dran sprengt ich hab ein Indie gesprengt Sandra ja ich falle hab eine ihrer typisch gekillt aber halt so eine wieder ah ich hab auch nochmal 2 C4 dran gepackt aber es hat nicht gereicht er packt ein der eine ist an die packt ein ne packt wieder aus lass uns gleichzeitig runter das bringt so nix wenn nochmal oben sparen micos du auch bitte der wegpunkt zahlen meine ich ne ich bin ganz vorhanden das lobe ja genau du brauchst mir ja nicht anfordern ich komm nicht jetzt komm rüber wir brauchen 2 C4 mehr wir schaffen es mit 4 C4 reichen nicht doch nein ich hab sogar 2 damit er brinnt das heißt 3 würden ihn zerstören ich hab mit ja komm rüber aber wir müssen halt 3 mal wirklich treffen das ist gar nicht mehr so leicht von da oben das kriegen wir hin ich hab grad eben nämlich eins direkt dahinter geworfen und einen genau drauf geworfen darum hat es nicht so gut gepasst warte folg mir mal ja erstmal hier hin ja 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 ja